Alle bereit? Ja. Nichts Interessantes, war glaub ich doch der selber. Und noch habt ihr den Emerald nicht, ne? Ja, das glaubst du. Ja, ich seh den glistert über der Tasche. Kann man wieder PvP anmachen? Ja, warte mal. So, wir stimmen mal kurz schnell ab. Ja, wir wollen alle PvP. Ich seh glaub ich Diamanten. Was macht denn das Skelett bei unseren Lamas drinne? Du bist kein Lama. Ich hab keine Existenzidentitätskomplexe. Hallo, das Skelett möchte doch einfach nur ein Lama sein. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist schon gewesen. Jetzt ist ein Lama, ne doch nicht. Au. Äh, geht die leck, leck. Au. Ich mach mein Zeug auch rein. Ich hab auf jeden Fall Schatz des Meeres. Ach, scheiße. Ja, das war aber dieselbe Karte. Das ist richtig. Mit der Schatz des Meeres? Achso, die haben einen Namen? Schatz des Meeres, genau. Ach, du hast ein Herz des Meeres? Oh, cool. Ach ne, warte mal. Ähm. Svenja, kannst du mir nochmal, äh, die... ...Karte von... ...also die wir... ...also die ich gefunden hatte da irgendwo? Weil... ...ja genau, das ist dieselbe, okay. Irgendwann brauchen wir die ja nie mehr. Aber ich tu die trotzdem mal in die Kiste hier rein. Seid ihr wieder home? Ja. Ja. Wir sind wieder at home. Ja, okay, dann komm ich auch mal home. Ich mach mal noch ne neue, ne, noch ne neue Doppelkiste. Das wär praktisch. Wir müssen jetzt schon ein Lagersystem hier bauen. Gott, Lagersystem. Pfff. So ein ganzes Lager aller CV-Style. Oh je. Dann wären wir ja in drei Jahren noch nicht fertig. Ja, ich sortier, ne? Äh, ich werd mich jetzt mal um ein bisschen Lager kümmern. Ich... ...ich hab als allererstes eine... ...eine Kiste machen, wo wir nur unser Fresszeug rein tun. Kannst ne einzelne Kiste erst mal machen, glaub ich. Ja, deswegen... Kartoffeln sind die angepflanzt? Mh, ne, aber ja. Aber Karotten kann ich anpflanzen. Haben wir überhaupt Kartoffeln? Ja. Ah, da, ja. Ja, dann ähm... Lass es mal irgendwie machen. Du hattest noch den, äh, Wassereimer oder hattest du die in die Kiste getan? Die offene Kiste. Warte. So. Ah, das ganze Lager ist gerade schön. Ich glaub ich... ...pflanze dann mal ein paar Melonen an. Also... ...ist halt nicht so die geilste Nahrungswelle. Hey. Ja, jetzt sollten die Pferde ja dann auch mal irgendwie aufräumen. Mh, ne, ich werde mich erst mal dran kümmern, dass... Ach Gott, wir haben schöne Wetter, bitte auch kurz... Ja, wir müssen noch bald sichere Aufnahmepause machen. Mh... So. Ich will jetzt einfach nur noch das Eisensafe nach Hause bringen. So. Stimmt, hier hoch. So. Stimmt, hier hoch. So. 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 Oh. So. 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 What. Haben wir das auch geklärt? Ja. Hast hier einfach. Ja, und hinterher haben wir uns wieder lieb, ganz doll. Was sind die... Hä, und wo hab ich das vorher gehört? Und wo ist denn das Gerüst? Wie craftet denn man das? Bambus und, äh, so, so, ähm... Ach, dafür brauchen wir Bambus? Das, was man, äh... Wir brauchen ganz viel Bambus-Spammy. Verkurbel die Bambus-Produktion ein, ich hab da noch Bambus in die Kiste getan. Ja, wir brauchen auch noch Feen von Spinnen. Äh, das ist natürlich scheiße. Hab schon abgefahren, Spammy, tut mir leid. Mein Job! Sie glaubt ja mein Job! Und mein Design war nach aus dem Osten. Ich hab Silberfischchen gefunden! Ah! Silberfischchen! Du kannst auch gern für mich in die Medienagentur gehen. Ne, ne. Ich glaub, die wollen mich nicht. Und wenn würde ich diese Agentur schlecht finden? Äh, kann das eigentlich sein, dass Silberfischsteinchen so random auch mal in der Welt platziert sind? Ja, bei, ähm... Dingens hier. Ähm... Extreme Berge, wie wir es heute haben. Oder ja. Ach, ähm... Ja, dann hab ich... ich hab mich grad gewundert. Ne, ne, ich hab mich damit früher auch schon mal vertan, weil ich dachte, Silberfischstein... Ja, und das war ja immer so ein Zeichen, dass wir in der Nähe von einer Ruine waren. Ja, 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 genau. So, ich geh mal kurz die Spitze des Berges erkunden. So, und wo ist jetzt die Ho? Äh, oh, die hab ich in meiner Mutter. Oh, die Ho, die ist in der Tat. Cool, dann... Wo brauchst du die? Ja. Am Feld. So, und ich hab mich, glaub ich, grad einen kompletten Berg hochgebracht. Aber egal, ich bin safe, Overworld. Okay, vielleicht auch nicht, ich hab einfach nur Gras unter der Hände gefunden. Ähm, wie wäre... Kann ich da mal durch? Hallo? Wie wäre es, wenn wir nebenbei mal versuchen, ein paar Tiere ranzuziehen, dass wir zumindest, ähm, ein bisschen Fleisch zu essen haben, weil das einfach geiler ist, als immer einen Hungerball mit irgendeiner Beere aufzufüllen. Apropos Beere. Ja, wenn die jetzt schon nach einem Mal laufen wieder weg ist. Die Beere sind doch nicht so geil. Sind vielleicht geile Dekoration, aber ich glaub nie. Ach man, kann ich denn jetzt nicht mal ans Tageslicht? Kannst du dich eigentlich mal so wirklich verlaufen? Alter, kannst du mal bitte einfach mal still sein? Also, als Öko-Tante finde ich ja, dass wir bestimmt wunderbar mit Kartoffeln auskommen werden. So, Ei, äh, ich will immer nur sagen... Gebackene Kartoffeln könnte vielleicht sogar sein. Ich bin in der Oberwelt und ich habe... Aber trotzdem nicht. Ich habe zwei Stecks Eisen, ja. Also, Fick dich. So, das muss mal klargestellt sein, ja. Ne, weil er grad gesagt hat, wie kannst du dich denn so dermaßen verlaufen? Ich so, ja, dann geh da mal unten in die, in die Schlucht und kämpf um dein Leben und... Ja, hallo. Ah, ja. Danke schön, dass du mich gerettet hast zwar, aber... Ich mach hier ne, ich mach hier ne Pilzbaum. Ja, so. So, Yoko's at home, bitches. So. Ja, erst mal vor die Tür stellen, danke schön. Sammy, Sammy? Ja? Was wetten wir, dass ich in, in das Wasser reinfalle? Oh. Wo stehst du denn, Warte? Hier oben. Oh, ähm. Okay, warte. Warte, warte, Efi, warte, Efi, ich muss mir noch eben ne bessere Position suchen. Warte, 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 bevor wir das jetzt so, warte, warte mal kurz, Efi, bevor du springst, bevor du springst. Okay. Mach ein Zeitro. Cinematic. Ich überlasse ihn. Ich überlasse ihn. Darf ich mal zu Ende reden, Luna? Ja. Dankeschön. Efi müsste jetzt, äh, Efi müsste jetzt voll den Cut machen, während Efi so runter springt, dass auf Efi überlebt, dass das wieder in der nächsten Folge. So richtiger Cut jetzt. Also ich, Efi, wenn du, wenn du das Wasser frisst, ich überlasse dir das Herz des Meeres. Nur für dich. Ah. Ich kann dir ne Schaufel geben. Okay, okay, warte, 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 warte. Kann dir ein Smaraggen geben, Efi. Oder ein Smaraggen geben, Efi. Ich hätte einen Lederholz mit Explosionsschuss 4. Also Efi, ich geb dir, ich geb dir ne Eisenrüstung und, äh, ein Diamant, ach, Diamantensmaraggen. Aber weh, du hast auch nur eine Blume da kaputt. Unser armes Essen. Hab ich nicht vor. Dann werden wir wegen dir verhungern. Okay, und was geb ich euch, wenn ich's nicht schaffe? All deine Items. Aha, ist aber nicht so viel. Deine Seele. Meine Seele, alles da. Gut. Die nächsten drei Schätze. Alle bereit? Yay! War ja langweilig. Das war ja langweilig. Ich dachte, sie kommt hier zur Obstaller. Äh, an hier, so, ja, an dieses oder so. Vor allem hab ich beim Film auch quasi kurz gar nicht mehr im Bild drin, so. War zu schnell unten. Das kann man ja durch den Cut, ähm, betrutschen. Dann kommt diese To Be Continued Einblendung. Genau. Hell, was denn dieses, ähm, Rezeptbuch? Einfach so in Zeitlupe mit total dramatischer Musik nach unten drunter. Du brauchst noch diesen Effekt immer, wenn die so in Zeitlupe geht, dann dieses DU. Genau. Achso, äh, ich kann mal die, ähm, Er hat mal kurz, wer, die Hake? Svenja oder Sven? Die ist in dem... Svenja, wenn... Oder in der Kiste anscheinend. Hä, wie wird denn... Ich habe eine Frage, wie wird denn dieses Gerüst gecraftet? Äh... Bambus auf beiden Seiten drei Stück und dann oben in der Mitte ein, ein Faden. Ah! Okay. Da Mop-Trap-Kiste. Äh, wo ist denn jetzt? Ach so. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz für... für Essen, Pflanzen. Äh, wir haben hier eine Fresskiste immer hinten. Ich habe jetzt größer machen werde. Naja, das war die Moorrüben eingepflanzt. Ja, da waren auch schon welche. Um egal. Naja, das war gerade auch sehr... Ich muss übrigens zu stehen bleiben, wegen diesen Doppelkisten, weil ich müsste... Ähm, haben wir schon Weizen? Ja. Ja. Ein bisschen was, ja. Okay. Es wird aktuell angekommen. Ich würde dann nämlich gleich mal ein paar Kühe irgendwie zu uns bringen. Natürlich nur, um sie als Haustiere zu halten. Ah ja, natürlich, selbstverständlich. Und dass ich ja auch für gewöhnlich eine Hauskuh hält. Okay. Wer kennt's nicht? So, Tom? Ja. Komm mal hin. Ah, okay. Bleib einfach stehen. Einfach stehen mit. Und bitte jetzt kann er irgendwie so da durchlaufen oder so. Wäre schon nice, danke. Fancy. Ja, bin ich nicht nett? Super Tool und Hufte. Jojo. Allerbeste Freunde, erzähl mal ein Tier. Efi? Wollen wir uns alle schlafen lesen? Ja. In der Kaserne? Ja. Ja. Ihr braucht mich ja nicht, oder? Ja, es ist offen. Es stimmt. Efi? Einfach stehen bleiben. Okay. Nicht bewegen. Ich hoffe, ich habe jetzt Efi nichts doppelt. Boah, ich habe jetzt gleich den besten Tierkäfig ever aus zwei verschiedenen Zaunarten. Ja. Ja, okay. Äh, Luna, hast du da was rausgenommen? Ja. Ich möchte mir gerne mitmachen. Ah, ich kann noch ein Auto. Ja, ist ja nicht so, dass ich das gerade mache. Aber egal. Ach so. Ja. Da habe ich, aber ich werde trotzdem meine Hose behalten, weil die ist cool. Tja, Joko, meine Hose macht viel eher lieber als deine. Das ist mir doch scheißegal. So sehen. Die hat Lederhose behalten. Die hat Explosionskopf. Aha. Die packe ich hier mit in. Dings. Nein. Ich glaube, Bären haben jetzt genug. Ja. Hä? Hast du die jetzt schon mit Panzer geschmissen? Nein, du hast die gerade in der Hingeschmissen. Deswegen. Ja, nice. Dann haben wir einen jetzt doppelt. Super. Sollen wir dann vielleicht gleich auch mal Päuschen machen? Ich glaube, es wird langsam ein bisschen spät. Ja, warte. Ja, warte. Warte, warte. Warte, warte. Äh, du hast jetzt doch, du hast noch nichts vor, noch nichts, ne? Außer dem, der, außerdem wo ist Panzer, ne? Genau. Oder meine Hose mit der Explosionsschutz 4. Ja. Ja, okay. Dann hier. Und ich hier. Und ja, jetzt müssen wir noch kurz warten. Dann mache ich sie noch irgendwie für Spammy fertig. Aber dann, dann haben wir nämlich alle eine Rüstung. Du brauchst jetzt nur noch einen hellen, ne? Richtig. So. Bitte. Ja, Späbby, äh, du bist gleich auch fertig eingekleidet. Warte, wer Dschungelholz? Langweiler. Kann ich das jetzt gar nicht so toll zu Ende stellen? Aua. Sorry, das war ich. Volle Keine an meinem Mikrofon hängen geblieben. Das hat er, das hat er, das hat er, dann Spur und dann nur noch die Hose. Späbby. 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 Ich so, you gotta... Ja. Und du, ihr habt alle den Fortschritt, mach dich fein erworben. Bin ich nicht ne tolle Teamkameradin? Ja, finde ich auch. Und das ist gut. Danke. Haben wir schon ne Erdekiste? Hm, das kommt dann aktuell. Ich überleg dafür gerade Knochen-Mehl zu verschwenden. Dann mache ich einfach mir hier so eine Erzkiste, das ist das oder was. Naja. Aber bitte aufpassen, dass... Hier, warte, hier habe ich noch mal Knochen schon. Ne, ich habe jetzt schon. Aber danke. Habe ich draußen hingeworfen. Passt das jetzt noch? Äh, hattest du nicht ein Schild gecraftet? Ach, egal. Die Kiste über der Fristkiste ist die Erzkiste. Ja. Aber ich habe einen Enderman gefunden. Und eine Kuh, Chan. Zwei Kühe, drei. Wenn du jetzt da bist, ja, die wollte ich doch holen. Okay, ja, okay. Ich hatte noch eben Gehege gebaut und hatte kein Weizen. Und keine Kuh. Doch, die Kühe wusste ich über die. Hallo Kuh, beachte mich. Nimmst du mich einfach, wir haben doch Leinen, wieso nass ist dir nicht einfacher? Wir haben Leinen, wir haben eine Leine. Und hier sind drei Kühe. So, ähm, ich kann ja mich in die Pilzform reinbauen, ne? Ja, aber es müsste halt dunkel bleiben. Genau. Ich komme hier echt wie im Drogenlabor vor, also. Ich habe schon... Draußen haben wir so Büsche stehen, darin haben wir Pilze. Nächster folgenden Titel, das Drogenlabor nimmt, vorm Anrufer. Ich baue die Pilzform mal ein bisschen aus, ne? Jo. Danke. Ihr scheiß Kühe, komm, komm mit. Okay, ich will mich jetzt mal dort reinbauen, wo ich meins anfange. Achso, das ist alles okay. So, ich habe jetzt die ein bisschen so ausgebaut. Achso, ich habe noch Kohle. Äh, wartet, hatten wir Kohle gesammelt? Oder wo wollen wir Kohle sammeln? In der Erzekiste? Oder... In der Erzekiste, ja, oder wo auch immer das ist, keine Ahnung. Aber Erzekiste wird halt Sinn machen. Ich habe die jetzt über die Erzekletzung gemacht. Alles gut. Ähm. Sollen wir vielleicht Pause machen, aber wenn Schand da ist, wieder... Ja, Moment, ich bin gleich mit meinen Kühen da. Ja, wartet, ich wollte eigentlich mir meinen Punkt so saven, wo ich, äh, bauen wollte. Wenn ich nicht so inkompetent wäre, den Berg hochzuklettern. Ja, selbstverständlich, Freunde, ist der erste Schritt so. Letzt mal. Die Karawane kommt an. Bitte schön. Die Karawane... Nein, ich sing jetzt nicht, nein. Ach, komm, Setti. Die Karawane zieht weiter, der Sultan muss los. So. So, jetzt einer rein. Ja, perfekt. Ein bisschen weiter noch. Scheiße, alle verfersten. Grüße geht raus. Ja, super. Und dann jetzt noch der eine. Ja, jetzt guck mich weg. Also da, wo dieses Bauhorus steht, da wollte ich so bauen. In dieser kleinen... Hier rein, hier rein. Hallo. Ja, mit Steinen. Cool. Ne, ich komme mal sowieso gerade auf den Berg. Auch gerade Fisch. Danke. Reinkommen. Weiter, weiter. Wir haben Kühe. Yay. Jetzt vermehrt es sie hier. Ich habe nur einen Weizen. Ich bin den Un... Ja, ich bin auch dort hochlaufen. Also ich baue irgendwann auch einer der fliegenden Inzeln. Ganz fancy schwebe ich dann über euch. Ja, trotzdem bin ich höher. Ja, komme ich sicher. Wo kommt man eigentlich überhaupt da hoch? Da, wo ich bin? Ne, ganz hoch. Da. Bash. Wollen wir uns dann jetzt gleich alle mal in der Base treffen? Ja. Ja, jetzt alles markiert, wie ich hier runterkomme. Ich muss noch eben das passieren. Ich nehme ja die Abkürzung per Wasserloch. Aber wir müssen es doch schon wie so machen. Ich werde mich dann so einsam fühlen, wenn ich dann hier so bin. Nun, na, wir sind genau nebeneinander. Ändert ihr nichts daran, dass sie sich auch einsam fühlen kann neben dir? Ja, du, dann fühlt sie sich halt einsam. Dann lade ich sie halt nicht auf Popcorn ein, aber pfff. Dann halt so, wenn sie sich einsam fühlen will, dann soll sie sich einsam fühlen. Das ist halt schon so blöd. Ist so eine Eisenrüstung und dann so ist es einem kalt. Naja. So. Du hast Gami. Gami. Gala. Ja. Komm ja. Ich muss ja noch Englisch was auf Körn machen. Los jetzt. Süßbären gegen die Deckel, ja. Ja, blödes. Hier, wollen wir uns alle toll aufstellen. Yay. Ich warte, dass wir das dann vor der Base machen, so richtig schön. Ja, okay, dann vor der Base. Hier hin und mit der Base im Hintergrund. Ja, dann so. Da muss ich jetzt hier gleich noch Screenshot machen, so, weißt du? Vorher, nachher. Boah, ohne Witze, wir müssen wirklich ein Vorher-Nachher-Bild machen. Das schon. You spin my head right on the balcony. Weil wir so versetzt angefangen seid. Ja. Gut, dann war's das mit der ersten Folge, würde ich sagen. Ja, und die, also wir sind noch in der ersten Folge, okay. Ja, ja, ich wollte das vielleicht nicht Ebola. Ja, ich wollte es auch sagen. Ja, ich wollte das mit der ersten Folge geben. Aber ich wollte das mit der ersten Folge, oder? Ja, ich wollte das mit der ersten Folge, oder? Ja, aber ich wollte das mit der ersten Folge, oder? Und jetzt hier ist es mit der ersten Folge, oder? Untertitelung des ZDF, 2020